So, jetzt seid ihr so lieb und wieder den Festplatz verlassen, dann beginnen wir mit der Musik. Tja, meine Damen und Herren, eröffnen wir die Musikshow heute, die Magic Band Storman Magic TV. Die Magic Band Storman aus St. Wollnesdor wurde am 26. April 1997 gegründet. Sie wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. In dieser Zeit wurden viele Musikfeste und Freundschaftskreffen besucht und man war sehr erfolgreich. Sie gewann in verschiedenen Klassen mehrere erste und zweite Plätze, sowie beim Musikfest in Bad Oldesdor, den Gesamtsiegerpokal, sowie den Raststädter Musiktagentitel European Champion 2009 in der Marschparade. Auslandsfahrten wurden in der Jungvereinsgeschichte nach Holland und Frankreich unternommen, sowie eine zehntägige Spanienfahrt. Heute sehen und hören wir die Jubiläumshow 15 Happy Birthday to us. Sie beinhaltet Titel aus 15 Jahren Storman Magic, unter anderem Ausschnitte von Born to be Wild, Pinball Wizard, Mr. Sandman und aus dem aktuellen Überfahrt Born the Straight. Den Vorsitz und die musikalische Leitung hat Dramm-Major Sascha Meier. Und jetzt begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Magic Band Storman Magic e.V. Bitteschön. Vielen Dank. Die finden Paul zum Kasselaufen. Dies ist interessant. Dies ist interessant. Ja. 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 Die lassen sich gar nichts. Ja. Komm ich. Ja. 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 Dann müssen wir heute auch aufs Fernsehen gucken. Können wir sehen, am Ende war ich bestimmt. Das hat die Nummer, jetzt hat das eh nicht verlaufen. Die Nummer ist auf der Seite. Wenn du jetzt die Nummer einig bist, ist das eine große Rolle. Die Nummer ist aufs Fernsehen. Die Nummer ist auf der Seite. Das ist auf der Seite. Wie geht es auf? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018